Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 44 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Elina omplantörer växter. Auf dem Rand der Schüssel liegt ein Holzlöffel. 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 Der Schüssel liegt ein Holzlöffel und håller Tulpaner i sin högra hand. Björn fährt Motorroller. Björn fährt Motorroller. Björn fährt Motorroller. Björnkörr Scooter. Drei brennende Kerzen und drei Stücke Kuchen Drei brennende Kerzen und drei Stücke Kuchen Drei brennende Kerzen und drei Stücke Kuchen Ein kleines Mädchen in einem gelben Kleid steht vor einer großen braunen Tür. Ein kleines Mädchen in einem gelben Kleid steht vor einer großen braunen Tür. Ein kleines Mädchen in einem gelben Kleid steht vor einer großen braunen Tür. Ein kleines Mädchen in einem gelben Kleid steht vor einer großen braunen Tür. Wir sind zusammen in den Kindergarten gegangen. Wir sind zusammen in den Kindergarten gegangen. Wir sind zusammen in den Kindergarten gegangen. Wie ik på dagis tillsammans Ich bin müde vom Arbeiten. Ich bin müde vom Arbeiten. Ich bin müde vom Arbeiten. Ich habe einen neuen Haarschnitt. Ich habe einen neuen Haarschnitt. Ich habe einen neuen Haarschnitt. Ich kann nicht drei verschiedene Dinge gleichzeitig tun. Ich kann nicht drei verschiedene Dinge gleichzeitig tun. Ich treffe Axel hier um zehn Uhr dreißig. 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 Das ist der Weg zum Leuchtturm. 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 Die Pflanze braucht Wasser. Die Pflanze braucht Wasser. Die Pflanze braucht Wasser. Wächsten behöber Watten. Wir erleben einen wunderschönen Sonnenuntergang. Wir erleben einen wunderschönen Sonnenuntergang. Wir erleben einen wunderschönen Sonnenuntergang. Hast du den Wasserfall aus der Nähe gesehen? 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 Anna war i Lavendelfältet. Wie viele Eier hast du bemalt? Wie viele Eier hast du bemalt? Wie viele Eier hast du bemalt? Ich darf den teig ablecken. Ich darf den teig ablecken. Ich halte dich fest. Ich halte dich fest. Ich halte dich fest. Der Sohn testet den Rasierschaum. Der Sohn testet den Rasierschaum. Sonnen testar Rakhlöden. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Herkommel-Repriser. Wo habt ihr eure Eheringe gekauft? Wo habt ihr eure Eheringe gekauft? Wo habt ihr eure Eheringe gekauft? Wo köpte ni era Wigselringar? Ich möchte diese Farbe für den Bezug. Ich möchte diese Farbe für den Bezug. Ich möchte diese Farbe für den Bezug. Ich möchte diese Farbe für die Teckungen anwenden. Sarah vergnügt sich auf dem Spielplatz. Sarah vergnügt sich auf dem Spielplatz. Sarah vergnügt sich auf dem Spielplatz. Heute Nacht hat es geschneit. Heute Nacht hat es geschneit. Heute Nacht hat es geschneit. Heute frühstücken Maria und ich zusammen. Heute frühstücken Maria und ich zusammen. Heute frühstücken Maria und ich zusammen. Sarah schlägt das Ei auf. Sarah schlägt das Ei auf. Sarah schlägt das Ei auf. Sarah knäcker Egget. Das Shirt steht dir. Das Shirt steht dir. Gut, dann passa dich. Sie küssen sich nach der Trauung. Sie küssen sich nach der Trauung. Coca-Oben ist öffert. Nico hebt seinen Sohn mit beiden Händen hoch. Nico hebt seinen Sohn mit beiden Händen hoch. Nico lyfter upp sin Sohn mit båda Händen. Draußen ist nichts los. Draußen ist nichts los. Det händer ingenting utanför. Regnet es immer noch? Regnet es immer noch? Regnet es fortfarande? Regnet es immer noch? Das sind meine Kinder. Das sind meine Kinder. Det här är mina barn. Der Mann kniet im Sand. Mannen knäböjer i sanden. Zum Nachttisch gibt es Fruchtsalat. Till efterrät serveras Fruchtsalat. Giulia gießt Soße über das Essen. Giulia gießt Soße über das Essen. Giulia häller Soße över maten. Ich bin traurig. Ja, är lässen. Madison trägt Creme auf ihre Beine auf. Madison trägt Creme auf ihre Beine auf. Madison trägt Creme auf ihre Beine auf. Madison smörjer in sina bein med Creme. Ein Morgen am Strand Ein Morgen am Strand Ein Morgen am Strand Wir liefern die Bestellung heute um 17 Uhr. Wir liefern die Bestellung heute um 17 Uhr. Wir liefern die Bestellung heute um 17 Uhr. Wir levererar Bestellningen idag Klockan 17.00 Vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Glöm inte att prenumerera på den här kanalen. Und gib uns bitte ein Like. Und gib uns ein Like. Friday 1 Kings Uhr. Sveriges п organsätten durch. Kone auf die Berge! Geil bir jauner k oui- Skorlaa ein. scanned im Untertitel.